Unkraut unter Weizen. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Hartmut. Hartmut ist Bauer. Er sät Weizen aus, um später Brot daraus zu backen. Eines Nachts schleicht sich jemand auf sein Feld und sät Unkraut aus. Nach einiger Zeit merkt Hartmut, dass Unkraut zwischen seinem Weizen ist. Hartmut reißt das Unkraut aber nicht gleich aus, als er es entdeckt. Er lässt alles gemeinsam wachsen, den Weizen und das Unkraut. Als alles groß geworden ist, pflückt er zuerst das Unkraut und verbrennt es. Den Weizen erntet er später und backt Brot daraus, wie er es geplant hatte. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um den Leuten zu zeigen, dass Gott böse Menschen nicht sofort bestraft. Erst nach dem Tod kommen manche Menschen an einen schönen Ort namens Himmel und andere an einen schrecklichen Ort namens Hölle. Ich bin einiger Zeit, um den shots zu bauen. Ich bin einiger Zeit, um das Leben zu bedienen. Vielen Dank.